Hunderte Mitarbeiter der französischen Fluggesellschaft Air France haben ein Treffen von Konzernführung und Betriebsrat gestürmt. Die Demonstranten drangen in die Firmenzentrale ein und erzwangen nach Medienberichten den Abbruch der Sitzung. Der Personalchef und ein Kollege von der Frachtflugabteilung mussten sich ohne Hemden in Sicherheit bringen. Zuvor hatte Air France-Chef Frédéric Gaget den Arbeitnehmervertretern einen neuen Sparplan vorgestellt, der 2.900 Arbeitsplätze gefährdet. Das könnte 300 Piloten, 900 Flugbegleiter und 1.700 Mitarbeiter des Bodenpersonals den Job kosten. Air France ist in Europa durch Billigflieger und bei Langstreckenflügen durch die Konkurrenz aus dem Nahen Osten unter Druck geraten. Laut Sparplan sollten Piloten für das gleiche Gehalt länger arbeiten, die machten da aber nicht mit. Nach dem Scheitern der Verhandlungen gab der Verwaltungsrat dann einen alternativen Sparplan in Auftrag. Air France schließt nun Entlassungen nicht aus. Im vorigen Plan wollte das Unternehmen die Arbeitsplätze vor allem durch freiwilliges Ausscheiden abbauen.